Ralf Hasenhüttl Weniger als zwei Wochen entscheiden über zwei Jahre Arbeit von Ralf Hasenhüttl und damit auch über seine Zukunft beim derzeit schwer kriselnden deutschen Vizemeister RB Leipzig. Punkt, 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 Punkt Vorzeitiges Ende? Auszuschließen ist wohl nichts. Punkt, 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 Punkt Es kommt darauf an, wie sich Hasenhüttls Mannschaft nach vier Pleiten und einem Remy in den vergangenen fünf Spielen daheim in der Red Bull Arena gegen Abstiegskandidat VfL Wolfsburg schlägt und eine Woche später bei Hertha BSC. Punkt, 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 Punkt Punkt, 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 Punkt Dort, wo der damalige Neuling der Fußball-Bundesliga vor rund einem Jahr den vorzeitigen Einzug in die Champions League perfekt gemacht hatte. Diesmal wird es höchstens die Europa League. Punkt, 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 Punkt Punkt, 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 Punkt Dafür müssen wir in den kommenden zwei Wochen noch einmal alles investieren, fordert Sportdirektor Ralf Rangnick. Im Winter hatte der 59-Jährige die Mannschaft nach einer Schwächephase noch öffentlich kritisiert. Punkt, 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 Punkt. In der aktuellen schwersten sportlichen Krise seines großen Projektes hält sich Rangnick mit scharfen Worten zurück. Punkt, 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 Punkt. Es ist doch klar, dass wir jetzt alle gemeinsam schauen müssen, dass wir aus den letzten beiden Spielen noch vier, wenn es geht, sechs Punkte holen, betont er. Punkt, 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 Punkt. Leipziger wirken verunsichert, ob schon verwöhnt von der großen Bühne Champions League oder einfach nur an den bisherigen Grenzen des RB-Fußballs angekommen, das RB-Team wirkt verunsichert. Punkt, 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 Punkt. Von einem Aufbäumen war beim 0-3 in Mainz nichts zu spüren. Anscheinend sei bei einigen Spielern die Luft raus, meint Hasenhüttel. Bemerkenswert. Immerhin geht es jetzt darum, wie diese zweite Bundesliga-Saison von RB in Erinnerung bleibt. Punkt, 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 Punkt. Die europäische Meisterklasse ist bei 5 Zählern Rückstand auf Rang 4 bereits außer Reichweite. Punkt, 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 Punkt. Und selbst die Europa League-Teilnahme ist in Gefahr. Eintracht Frankfurt hat nur einen Punkt weniger. Der VfB Stuttgart, 45, Borussia Mönchengladbach, 44 und auch noch die Hertha, 43 dürfen sich Hoffnungen machen. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 18 Gegentore in den letzten 5 Spielen, es liegt nicht am Trainer, sondern an uns Spielern, wir müssen Verantwortung übernehmen und unsere Aufgaben erfüllen, sagt Torwart, Peter Gulexi, der 18 Gegentore in den vergangenen 5 Spielen kassierte. Punkt, 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 Punkt. Es happert aber nicht nur in der Defensive, in der in Marcel Halstenberg und Konrad Leimer seit Wochen wichtige Spieler verletzt fehlen und am Samstag gegen die Wolfsburger auch noch Kapitän Willi Orban gesperrt ist. Punkt, 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 Punkt. Die Ideengeber. Punkt, 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 Punkt. Für Mittelstürmer-Star Timo Werner wird es dadurch nicht leichter, seine jüngste Liga-Bilanz ist ohnehin schon ernüchternd, nur ein Tor in den vergangenen 13 Meisterschaftsspielen. Punkt, 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 Punkt. Zwei Partien bleiben ihm noch, wie dem Riss der spürbar angeschlagenen Mannschaft und ihrem Trainer. Punkt, 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 Punkt.